Einen wunderschönen guten Tag liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV am späten Nachmittag des 23. September. Wir wollen uns den S&P 500 anschauen, den Leitindex schlechthin aus den USA, der uns hier auch ein wesentlich besseres Bild liefert als dies der Dow Jones je könnte. Insofern interessant, dass sich der breit gefasste S&P 500 hier auch an den Abwärtsfahrplan hielt, den wir hier unlängst mal im Tagesschart skizziert hatten. Wir wiesen sowohl in einem schriftlichen Check als auch nochmal in dem ein oder anderen Videobeitrag hier auf diese bärische Flacke hin, die sich hier mit der gestrigen Schwäche ganz klar nach unten auflöste. Wir hatten also hier, das war interessant und das hatten wir auch direkt am Montag mal verfolgt, dass der Index so mehr oder weniger hier versucht, sich zu retten an dieser unteren Trendlinie dieser bärischen Flacke. Theoretisch technisches Aufwärtspotenzial wäre vorhanden gewesen, aber wenn es sich an diesen Plan hielt, hätte hier einen schönen Move einfahren können. Hier mit dieser Abwärtsbewegung, die eigentlich präferiert wurde, hat der Index genau das getan, was wir auch präferierten, nämlich im Sinne der bärischen Flacke hier einen Ausbruch nach unten zu vollziehen. Und unlängst haben wir auch das Niveau hier von 1950 hier unterschritten, ganz klarer Wiederbestandsbereich. Das ist übrigens ein Level, das wir uns dann jetzt auf Intraday-Basis nochmal anschauen, weil hier jetzt aktuell durchaus die nächste Short-Chance entstehen könnte. Also der Abwärtszug hat Fahrt aufgenommen, der Index hier entsprechend abwärts tendiert. Leicht bullisch könnte man ab sofort erst wieder werden. Wir haben hier oben definitiv den Deckel knapp unter 2000 drauf, aber kurzfristig, wenn wir hier über das Wochenhoch gehen sozusagen, dann wäre hier unter Umständen weiteres Potenzial für eine Aufwärtsbewegung gegeben. Aber das ist, wie gesagt, das eher untergeordnete Szenario, welches hier zu präferieren ist. Vielmehr würde sich und deswegen auch die aktuelle Information, Hinweis hier vom jetzigen, gut, wir haben uns vom Tagesordnung schon wieder ein Stück weit entfernt, aber vom jetzigen Level ausgehend scheint hier auch wieder direktes Abwärtsmomentum möglich. Wir haben hier einen kurzfristigen Widerstand, 1950 ganz klar definierbar, 1952 roundabout plus minus 1 Punkte. Und das soll heißen, der Index hat jetzt hier kurzfristiges Potenzial, auf jeden Fall das Tief vom 1. September anzusteuern. Das wäre hier im Bereich 1902,10. Da machen wir auch direkt mal eine Unterstützungslinie draus. So, das wäre jetzt im Prinzip das erste kurzfristige Kursziel. Hier oben, wie gesagt, oberhalb von 1981, 1982 können die Bullen hier wieder ein Stück weit Fahrt gewinnen, aber letztlich ist davon nicht auszugehen. Wenn der Index selbst versucht, hier ein Stück weit hochzulaufen noch, dürfte sich dann in der Folge wohl die Schwäche einstellen. Also es bleibt weiter short zu präferieren, insbesondere auch mit Blick auf die Saisonalität, wie heute Morgen beim DAX. Die weist nämlich nach unten, Obacht geben, ab Mitte Oktober könnten die Bullen aufs Parkett zurückkehren. Ob das natürlich die Rahmenbedingungen zulassen, das bleibt mal abzuwarten. Wie gesagt, hier steht eventuell eine größere Rallye-Pause an, eine größere Korrekturbewegung. Das soll heißen, das was wir hier im August gesehen haben, kann eigentlich als Vorgeschmack dessen gewertet werden, was hier noch kommen könnte. Also ich sage mal, Konsolidierungskorrekturphasen müssen sich nicht innerhalb von wenigen Wochen abspulen, sondern das kann auch mal ein kleiner Bärenmarkt werden und sich über Monate hinziehen. Und das will ich mal nicht bestreiten. Aber rein saisonal, wie gesagt, kurzfristig alles weiter bärisch. Ab Mitte Oktober müssen wir mal die Zeichen der Zeit lesen. Letztlich jetzt hier kurzfristig Intraday hier die Chance beim S&P 500 hier anhand dieses Widerstandsbereiches im Intraday-Bereich und auch hier sehr schön auf Tagesbasis eine Short-Position zu erwägen, die spätestens über 1982 aufgelöst werden sollte, da hier eben die Gefahr besteht, dass der Index dann weiter nach oben rauszieht. Das muss man, wie gesagt, natürlich im Kalkül haben. Aber es kann auch dann deutlich tiefer gehen. Unter 1900 wäre dann natürlich hier das August-Tief interessant. Und auch das bleibt im Prinzip zu präferieren, da wir ja im großen Bild auch vor dem großen Zyklus, auf den wir immer wieder hinwiesen, hier sicherlich eine sehr, sehr spannende Phase vor uns haben, die eben auch weiter nach unten ausgedehnt werden könnte. Auch hier markttechnisch alles im Lot auf Wochenbasis. Der Index hier auf Wochenbasis frühestens über 2000, wieder ein Stück weit positiv. Aber das ist wirklich jetzt hier eher der Wunschvater des Gedanken. Es deutet sich eher mehr eben hier einen Rücklauf an die August-Tiefs an. Und hier sehen Sie auch die breite Unterstützungszone auf Wochenbasis, die sich hier herleitet aus den 2013er-Hochs, dann 2014 im Frühjahr, dann hier der Spike nach unten 2010, 2014 hier im Oktober. Und jetzt haben wir hier praktisch das nächste Level. Und da wird es spannend, wenn wir hier durchsacken, nämlich dann haben wir hier deutliches Abwärtsmomentum und dann können Sie, wie gesagt, recht rutschig werden. Diese größere negative Divergenz, diese hier steigende Preishochs und hier im Indikator RSI Oszillator Periodeneinstellung 14 klar darstellt, da hat sich jetzt hier tatsächlich nach unten schön entfaltet und kann sich durchaus auch weiter entfalten. Das muss hier nicht vorbei sein, die Geschichte, deswegen Obacht geben. Aber jetzt mal in den Intraday-Chart für alle kurzfristig ambitionierten Anleger. Hier haben wir, wie gesagt, eine Unterstützungszone gehabt um 1950, 1952. Die ist durch, die ist erledigt. Und mit dem jüngsten Retest dieses Levels, das ist natürlich jetzt hier sehr schön zu sehen, haben wir das Niveau auf der Oberseite bestätigt. Also aus Unterstützung wurde Widerstand, dieser Widerstand wurde hier mit in der Vorindikation vor bürslicher Handel, 24-Stunden-Indikation sehen wir hier von JFD Brokers, wurde das Ganze bestätigt. Und jetzt haben wir hier sogar auch die Möglichkeit, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu skizzieren. Ergo alles deutet darauf hin, dass wir hier weiter zurücklaufen. Kurzfristig könnte man sogar hier sehr aggressiv den Stopp über das Verlaufshoch der Periodenkerze hier von 13 bis 14 Uhr setzen. 1.952, also hier ein Stück weit drüber. 1.953 wäre ein mögliches Stop-Level, um hier nicht Gefahr zu laufen, dass der Index eben dann doch nochmal auftritt. Aber ansonsten dürfte der Weg hier nach unten zeigen, da sieht es ganz klar nach aus. Sicher ist natürlich an den Märkten gar nichts. Wenn er nämlich hier rausgeht über 1.953 speziell, dann wäre hier sicherlich mehr Aufwärtsspielraum gegeben. 1.980, wie ja vorhin auch schon gezeigt, Wochen hoch. Und wenn es darüber geht, dann hätte man sogar noch mehr Spielraum. Aber soweit will ich nicht greifen, weil das im Prinzip jetzt hier das eher untergeordnete Szenario ist, welchem ich hier jetzt keinen großen Zuspruch geben würde. Schauen wir kurz auf die Wochenstatistik noch. Zum Mittwoch hier heute 48% positive Schlusspreise. Das ist nicht die Welt, der Index ja ohnehin jetzt hier, wir sehen es bis auf den Donnerstag, eher in einer Patz-Situation, die sich leicht bärisch eindreht. Wir hatten hier immer mal positive Werte, die natürlich aufgrund der jüngsten Schwächephase alles nach und nach kippt, der Donnerstag. Und das wäre natürlich dann insbesondere morgen der Fall. Hier mit 61% positive Tiefer-Schlusspreise ganz klar der Bullischste. Ob das so kommt, Fragezeichen. Beim DAX ist es ja ähnlich, dass man hier auch sicherlich die eine oder andere Statistikanpassung vornehmen könnte. Aber wenn man denn beim S&P zum Beispiel Long-Ambitionen hat, dann bietet sich historisch gesehen mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen der Donnerstag dafür an. Rein technisch, schadtechnisch eher hier. Heute weitere Schwäche, gegebenenfalls morgen auch. Und das bleibt insbesondere unter dem Widerstand von 1950, 1952 Punkten der Fall. Also, spannende Situation, S&P 500 lädt ein. Mal sehen, ob es so kommt. Wir werden es morgen auswerten. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend, wenn er denn da ist. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend, wenn er denn da ist. Wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend, wenn er denn da ist. Es geht um seinen Feierabend, wenn er denn da ist. Wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend, wenn er denn da ist.